Was ist das Gesetz des Geistes? Deswegen schreibt Paulus auch, dass wir unseren Leib kreuzigen. Warum schreibt er das? Das ist ja kein Masochismus, von dem er da spricht, sondern er schreibt das aus einem ganz bestimmten Grund. Er schreibt das, weil Christus seinen Leib gekreuzigt hat und weil wir zu Christus gehören, weil wir seine Gemeinde sind, weil die Gemeinde Jesu der Leib Jesu Christi ist. Deswegen soll die Gemeinde in Gleichheit des Wesens wandeln und auch seinen Leib kreuzigen und die Lüste und Begierden kreuzigen. Paulus bezieht sich ja nicht auf das mosaische Gesetz und zitiert diese ganzen 613 Gebote. Das müsste er ja normalerweise machen als Rabbiner. Und wenn das Gesetz für uns noch gelten würde, das mosaische Gesetz, dann müsste Paulus eigentlich im Neuen Testament über viele Seiten hinweg, eigentlich genauso viel wie im Talmud steht, über das Gesetz des Mose sprechen. Tut er aber nicht. Paulus macht ein ganz neues Gesetz auf. Paulus spricht von einem Gesetz des Geistes, das das Gesetz des Buchstabens abgelöst hat. Er nennt das Gesetz vom Sinai das Gesetz, das in Buchstaben gestellt war. Er nennt das das Gesetz der Sünde und des Todes. Er sagt, dass durchs Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, aber keine Besserung. Und er macht einen neuen Weg auf. Paulus schreibt von einem neuen Gesetz, nämlich von diesem Gesetz des Geistes. Und da möchte ich euch kurz ein bisschen vorlesen drüber. Aus Römer 7. Da bezieht er sich jetzt aufs Gesetz vom Sinai und legt das geistlich aus. Hört mal genau zu. Wisset ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz kennen, die das Gesetz wissen, sagt Luther. Also das Gesetz des Mose, das Gesetz um Sinai. Wisset ihr nicht, liebe Brüder, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn ein Weib, das unter dem Manne ist, ist an ihn gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, solange der Mann lebt, so wird sie eine Ehebrecherin geheißen. Wenn aber der Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf das wir Gott Frucht bringen. Gott Frucht bringen. Dieser Begriff Frucht bringen, der steht eigentlich im direkten Widersatz zu dem, wenn es in der Bibel heißt, wer das Gesetz tut, der wird leben. Paulus schreibt in seinen Briefen nicht, dass wir das Gesetz tun sollen, sondern er sagt, dass wir Frucht bringen sollen. Das ist was ganz anderes. Und wenn wir mal vorne in dem ersten Vers nochmal anfangen, dann schreibt er, Wisset ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz wissen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt? Das ist das, was ich sage. Das Gesetz gilt nur auf Erden und gilt nur während, oder ich sag mal für den irdischen Menschen. Aber nicht für den Wiedergeborenen, nicht für die neue Natur, nicht für den Menschen, der in Christus gezeugt ist. Für den gilt das Gesetz nicht. Das Gesetz hat an dem auch gar nichts auszusetzen. Warum nicht? Weil dieser neue Mensch, der in Christus ist, in uns, der ist perfekt. Das Gesetz, wenn das Gesetz den neuen Menschen sieht, dann sagt das Gesetz, an dem habe ich gar nichts auszusetzen. Warum? Erstens, weil er in Christus ist, der für unsere Sünden bezahlt hat. Und zweitens mal ist dieser neue Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Der ist durch Gottes Geist geschaffen. Der ist sogar aus dem Wort gezeugt. Und damit entspricht er dem Wort. Und damit entspricht er auch dem mosaischen Gesetz. Denn das ist auch Wort Gottes. Das Gesetz selbst drückt Gottes Wesen aus. Ja, die Frage ist ja, was ist denn das Gesetz? Ist das nur eine Ansammlung von moralischen Grundsätzen? Ja, oder was ist Gesetz überhaupt? Das Gesetz drückt Gottes Willen aus. Und Gottes Wille spiegelt Gottes Wesen wieder. Gottes Wesen ist Liebe. Und deswegen erfüllt der, der liebt, auch das Gesetz. Das ist die geistlich-logische Schlussfolgerung aus dem, was wir im Neuen Testament lesen. Zum Glück lesen beim Paulus. Manchmal denke ich, ein großes Glück war, dass der Paulus verhaftet worden ist. Weil dadurch hat er Zeit, seine Briefe zu schreiben. Damit wir die haben heute. Weil wenn das nicht in der Bibel stünde, wenn auch im Neuen Testament, dann würde das überhaupt niemand glauben. Also heute schon zweimal nicht. Jetzt spricht Paulus die Römer an aufs Gesetz. Und er sagt, ihr kennt ja das Gesetz. Und das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Aber wenn der Mensch gestorben ist, dann gilt das Gesetz nicht mehr. Und jetzt macht er eine Anwendung und sagt, denn eine Frau, ein Weib, das unter dem Manne ist, ist an ihn gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, dann ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, solange der Mann lebt, dann wird sie eine Ehebrecherin geheißen. Wenn aber der Mann stirbt, dann ist sie frei vom Gesetz. Die Frau, dieses Weib, die Frau, das ist die Gemeinde Jesu, sind die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und der Mann ist Christus. Christus ist gestorben und damit ist die Frau frei. Die ist frei vom Gesetz, was den Mann betrifft. Und darf eines anderen werden. Und so erklärt er Paulus das auch und sagt, wenn der Mann stirbt, dann ist sie frei vom Gesetz. Dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Da klingt so ein bisschen der neue Bund an. Sonst bräuchten wir gar kein neues Testament, keinen neuen Bund. Der neue Bund ist deswegen gekommen, weil Christus gestorben ist und auferstanden ist und ihn nun niemand mehr kennt, sagt Paulus. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennt ihn doch nun niemand mehr, weil er der auferstandene Christus ist, der mit Gott eins ist. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferstanden ist. Das heißt, Christus ist von den Toten auferstanden, er ist gestorben. Die Glaubensgemeinde ist vom Gesetz befreit und gehört nun dem auferstandenen Christus. Und deswegen ist ihr Gesetz auch nicht mehr in Buchstaben gestellt. wie am Sinai, sondern unser Gesetz ist eine Person. Unser Gesetz ist der auferstandene Christus. An dem orientieren wir uns. Das, was er tut, das tun wir auch. Das, was er will, das sollen wir auch leben im Fleisch. Obwohl ich hier auch sagen muss, hier geht es nicht so sehr um den Wandel, sondern hier geht es um die Stellung. Das ist auch ein wichtiges Thema, weil immer wieder, wenn es ums Gesetz geht, oder überhaupt, wenn gepredigt wird heute, dann hört man so sehr oft, ihr könnt das ja auch im YouTube und im Internet auch verfolgen, immer wenn es darum geht, um Glaubensdinge und um Nachfolge, und um Auslegung, speziell wenn es um Dinge des Gesetzes geht, dann geht es immer um den Wandel, immer um die Lebensführung. Und die Antwort an die Menschen, die dann auch zuhören, ist immer die, oder oftmals die, Jesus ist gestorben, damit wir ein erfülltes Leben haben, ein gelingendes Leben haben. Das stimmt nicht. Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Das ist im Geschäftsleben nicht erlaubt. Das ist, als ob man ein Produkt verkauft und die Eigenschaften da ein bisschen aufschüllen, damit das auch gekauft wird. Aber das Produkt leistet das gar nicht. Jesus hat kein so sehr gelingendes Leben gehabt, wenn man es mit modernen westlichen Maßstäben misst. Das Leben eines Paulus war nach modernen westlichen Maßstäben auch nicht so sehr gelingend. Keine beneidenswerte Lebensführung und Erlebnisse, die der Paulus da gehabt hat für das Evangelium, oder? Trotzdem hätte der Paulus immer gesagt, dass sein Leben gelungen ist wie kein anderes, weil der einen ganz anderen Blick hatte. Der hat eine ganz andere Wertung vorgenommen seines Lebens. Aber es geht in den Predigten, also zu 99 Prozent, immer ums Leben, um die Familie, um das soziale Umfeld, um die Arbeit und all diese ganzen irdischen Dinge, die den natürlichen Menschen irgendwie beschäftigen. und die Predigten, die sind so, wie in der Bibel steht, sie sind von der Welt und deswegen reden sie von der Welt und die Welt hört sie. Hat aber mit geistlichen Wahrheiten im Evangelium oftmals gar nichts zu tun. Der Wandel ist eine Folge der Stellung. Und das, was wir im täglichen Leben leben, das ist die Peripherie des Glaubens. Der Kern des Glaubens ist die Stellung in Christus. Wenn die geklärt ist, dann ist doch der Wandel okay. Aber nochmal, das Neue Testament, weder Paulus noch die anderen Apostel beschäftigen sich da mit den Geboten vom Sinai. Paulus nimmt natürlich hier ein Gebot und in Römer 7 weiter unten nimmt er auch eins der zehn Gebote und nimmt dieses Gebot, wo steht, lass dich nicht gelüsten und wendet das auf sich an. Warum nimmt er eben das? Weil das in die Regungen des Menschen hineinragt, ins innere Wesen, in die Motive. Nicht nur bei dem Äußerlichen stehen bleibt, sondern den Menschen beurteilt nach seinem Inneren, nach seinen Regungen, nach seinen Wünschen, nach seinen Gelüsten, lass dich nicht gelüsten. Das Evangelium und auch das Gesetz des Geistes geht viel tiefer als das Gesetz des Mose. Viel tiefer. Und ist auch allumfassender. Allein dieser Aussage, die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt und ich kreuzige meinen Leib mit seinen Lüsten und Begierden. Warum kreuzigen? Weil Christus auch seinen Leib hat kreuzigen lassen und weil wir zu ihm gehören. Das ist das Gesetz des Geistes und da redet kaum jemand von. Alle sind Weltmeister in den Gesetzen und was man jetzt am 10. geben soll oder am 5. oder am 3. oder was man jetzt an Tagen einhalten soll, Sabbatgebot, Speisegebote, Kleidergebote, all dieses, das ist erdisch gesinnt sein, sagt der Paulus. Und es ist eigentlich eine Feindschaft, wieder das Evangelium. Bekennt er unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes, weil sie erdisch gesinnt sind. Wir sind nicht ohne Gesetz. Viele der Gesetzeslehrer sagen, ja, ihr seid Anomisten. Ihr schmeißt das ganze Gesetz über den Haufen und wollt in allen Sünden leben und schwelgen. Das ist überhaupt nicht wahr. Paulus verteidigt sich im Römerbrief auch mal dagegen. Wir leben im Gesetz des Geistes. Aber dieses Gesetz des Geistes kann der natürliche Mensch, auch der religiöse Mensch, auch der fromme Mensch, auch der radikal-fromme und radikal-religiöse Mensch überhaupt nicht sehen, weil das geistlich gerichtet sein muss. Aber wenn der irdisch gesinnt ist, dann kann er das Gesetz des Geistes überhaupt nicht sehen. Wenn man ihn darauf anspricht, dann schlägt er nach in der Konkordanz, dann liest er da die Sachen, dann fängt er wieder an, darüber zu dozieren. Aber aus sich raus würde er das nie erwähnen, weil es geht ihm immer nur um den Wandel. Und da muss er ja irgendwas tun. Wenn man seine Lebensführung gestalten will, dann muss man irgendwas tun, dann muss ja irgendwas an Vorschriften da sein. Weil man findet ja nichts anderes als die zehn Gebote. Und zum Schluss, wenn er es konsequent macht, müsste er alle 613, ob 613 ist, weiß ja niemand, ja, ist ja eine Talmud-Sache. Kann man so nicht final sagen. Aber wenn es denn dann nun 613 Gesetze sein sollen vom Sinai, dann müssten die alle durchdekliniert werden. Und das, was wir hier, was wir dann hören von den Gesetzen, ist überhaupt nicht konsequent. Die müssten ja mal konsequent bis zum Schluss gehen. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi. Hier bohrt einer, dürft euch nicht stören lassen von. Irgendjemand ist da auch am Wandeln. Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid. Nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, dass wir Gott Frucht bringen. Nicht, dass wir sein Gesetz halten. Denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündlichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unseren Gliedern dem Tod Frucht zu bringen. Dem Tod. Nun aber sind wir vom Gesetz los. Und wir sind dem Gesetz abgestorben, das uns gefangen hielt. Weil unser alter Mensch, auf den das Gesetz auch gilt und anzuwenden ist, weil der mit Christus gestorben ist, im Geist und in Wahrheit, das ist noch nicht sichtbar. Aber Paulus sagt, haltet euch dem Gesetz für gestorben. Rechnet euch so, als ob ihr dem Gesetz gestorben wäret. Nun aber sind wir vom Gesetz los und sind ihm abgestorben, das uns gefangen hielt. Also, dass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Hört ihr den Unterschied? Christus ist unser Gesetz. Wir sind von dem Gesetz der Sünde und des Todes los. Wir sind frei gemacht. Wir sind frei gemacht, um Gott Frucht zu bringen und um ihm nachzuleben. Die Aufgabe des Christen ist nicht, die zehn Gebote zu erfüllen. Die Aufgabe des Christen ist, Christus darzustellen. Das ist die Aufgabe des Christen und gar nichts anderes. Das ist ein ganz zentraler Unterschied und eine komplett neue Theologielehre. Wie will man denn da sagen zu? Das, was Paulus schreibt, das schreibt er vom Himmel herab. Das sind geistliche Worte, die er schreibt. Natürlich fasst er die in Buchstaben. Ja, aber das, was er ausdrückt, atmet etwas ganz Neues, einen ganz neuen Geist. Und Paulus verwendet hier ein Gesetz vom Sinai und sagt, wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz wissen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen so lange erlebt, denn eine Frau, die unter dem Mann ist, ist gebunden an ihn durch das Gesetz und so weiter. Aber Paulus spricht jetzt nicht über die Ehe und über Eheführung und über gelingende Ehe und über Eheseminare. Das würde ein Rabbiner jetzt tun. Paulus spricht hier über eine geistliche Wahrheit. Der verwendet das Gesetz geistlich. Der legt in diese Dinge, nein, der legt das Gesetz geistlich aus und zwar auf das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Und er sagt, die, die zur Gemeinde Jesu gehören, die dürfen wissen, dass ihr alter Mensch mit Christus mitgestorben ist und begraben ist und mit Christus auferstanden ist und dass er in Neuheit des Wesens wandeln darf und dass wir Gottfrucht bringen in Christus. Und er bindet das auch immer alles an Jesus Christus. Hier schreibt Paulus davon, dass der alte Bund, der unterm Gesetz war, beendet ist und in Christus ein neuer Bund begonnen hat. Dieser neue Bund gilt nur für die Gemeinde Jesu. Die gilt nicht für Israel. Die gilt nicht für die Juden, wenn sie Juden bleiben. Die gilt auch nicht für Muslime und auch für keine anderen Menschen. Für alle Menschen auf der Welt gilt das Gesetz vom Sinai. Das Gesetz gilt, damit aller Welt Mund verschlossen werde und alle Welt Gott schuldig sei. Aber der, der an Jesus Christus glaubt und der wiedergeboren ist, der darf mit Christus mitgestorben sein und darf mit Christus auferstanden sein und darf mit Christus leben und zwar jetzt hier schon im Fleisch und seine Aufgabe ist, Christus im Fleisch darzustellen. Warum? Weil wir zu Christus gehören, weil wir sein Leib sind. Was sollen wir anders darstellen als Christus? Warum wenden wir uns wieder zurück zum Alten Testament und zu den mangelhaften Geboten und zu den Elementen dieser Welt? Aber das verstehen die Gesetzeslehrer überhaupt nicht. Paulus benutzt hier das Gesetz, um zu zeigen, dass der alte Bund vorbei ist. Das Gesetz bezeugt, dass das Gesetz beendet ist. Ist das nicht ein Hammer? Das Gesetz bezeugt, dass das Gesetz zu Ende ist für alle die, die an Jesus glauben. Der Hebräerbrief macht das anders. Der Hebräerbrief sagt, das Priestertum hat sich geändert. Das Priestertum hat sich geändert vom aronitisch-levitischen Priestertum zum ewigen Priestertum des Melchisedeks. Ohne Anfang, ohne Ende, der ein Königpriester ist. Christus. Und weil der Priester sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Muss sich auch der Gottesdienst ändern. Muss sich auch der Tempel ändern. Muss sich auch das Opfer ändern. Und muss sich auch das Gesetz ändern von einem Gesetz des Buchstabens zu einem Gesetz des Geistes. Das, so argumentiert der Hebräerbrief. Der Paulus nimmt hier für die Römer dieses Bild der Ehe aus dem Alten Testament und dass die Frau an den Mann gebunden war und dass sie eine Ehebrecherin gilt, wenn der Mann nicht gestorben ist. Wenn Christus nicht gestorben und nicht auferstanden wäre, dann müssten wir das Gesetz des Moos erfüllen. Dann wären wir Proselyten geworden. Dann müssten wir uns beschneiden lassen. Dann wären wir Juden geworden. Oder naja, Juden zweiter Klasse. Ja, vielleicht Noachiden. Weil die Juden sagen ja, dass wir die noachidischen Gebote halten sollten. Dann wären wir Proselyten. Paulus sagt aber, der Mann, wovon das Gesetz hier schreibt, der Mann ist Christus und dieser Mann ist gestorben und deswegen ist die Frau frei vom Gesetz und ist frei eines anderen zu werden, nämlich des auferstandenen Christus. Und weil wir des auferstandenen Christus gehören, gehen wir nicht wieder zurück zum Gesetz. Ja, sondern sind frei gemacht und folgen ihm nach. Die Nachfolge bedeutet, dass wir nicht ohne Gesetz sind, sondern wir sind im Gesetz des Geistes, im Gesetz der Freiheit, im Gesetz Christi. Und weil Christus seinen Leib gekreuzigt hat, kreuzigen wir auch unseren Leib mit unseren Lüsten und Begierden. Das gilt in Bezug auf Genusssucht, das gilt in Bezug auf Ehebruch, das gilt in Bezug auf Diebstahl, das gilt in Bezug auf alle moralischen Werte, die ihr wollt und das gilt insbesondere auf unsere Stellung vor Gott. Denn in erster Linie sehen wir uns nicht nur Moralgesetz gegenüber, sondern wir sehen uns dem lebendigen Gott gegenüber und wissen, dass wir alle mangelhaft sind. Allesamt ermangeln wir der Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben sollen und werden umsonst gerecht durch Jesus Christus und durch seine Gnade. Und weil wir gerecht geworden sind, deswegen leben wir so wie Jesus, so wie Gott das von uns will. Der Gesetzesmensch, der muss erst was tun, der muss an seiner Gerechtigkeit arbeiten, damit er in den Himmel kommt. Wir sind schon im Himmel und deswegen leben wir so, wie es sich gebührt und kreuzigen unseren Leib mit seinen Begierden. Das ist ein Teil des Gesetzes, des Geistes. Ich möchte euch das zeigen. Ich möchte auch noch gerne so zwei, drei weitere Clips darüber machen, dass wir uns so ein bisschen kennenlernen, weil da kaum noch jemand drüber spricht, weil es geht immer um gelingendes Leben und dann werden die Predigen, die werden so zusammengegoogelt und dann sagt man so ein bisschen seine eigenen Gedanken dazu, die man so hat. Aber wir müssen zurück zu diesem Wort Gottes, weil dieses Wort Gottes, das führt uns in die Freiheit, in der Gebundenheit an unseren Herrn Jesus Christus. asti.